Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi. Ja, und wieder mit das Maus, also mit Anja. Hallöchen. Jawus. Und mit dem Malt Malt. Hallo. Hallo. Ja, ich brauchte unbedingt noch mal Hilfe hier bei meinem Dach. Werden wieder geknechtet. Ja, meine Zuschauer haben ja geschrieben, dass denen der Stall total gut gefällt bis jetzt. Er wird noch besser. Ich wollte gerade sagen, er wird hoffentlich noch besser. Ich bin auch schon gespannt, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, soll ich das mit diesen Eisendingern hier so lassen? Also tatsächlich würde ich es, glaube ich, eher durch Holzzäune ersetzen. Ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht. Warte mal, ich brauche auch noch Schwarz. Möchtest du das mal bauen, Anja, oder möchtest du was anderes bauen? Ich wollte jetzt tatsächlich aufs Dach gehen. Okay. Oh, das ist schön. Das hört sich doch wirklich toll an. Wenn Leute arbeiten und man einfach nur daneben stehen muss. Meine Dacharbeiten vor allen Dingen erledigen. Obwohl Anja hat ja auch Höhenangst. Hast du die jetzt auch ein bisschen verloren hier? Tatsächlich ist es bei mir nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Also wenn ich mir vorstelle, als ich mit Minecraft angefangen habe, da konnte ich ja nicht in so eine Schlucht oder so runtergucken. Da habe ich voll wie Panikattacken gekriegt. Ja, ja. Aber das ist nicht mehr so, ja. Was fehlt dir, Malte? Eichenholz. Eichenholz? Ist doch kein Eichenholz mehr da. Eichenholz-Blöcke. Also Stämme. Ähm. Keine Stämme mehr. Da muss ich rennen. Pass mal auf, du arbeitest weiter und ich hole. Ach ne, du kannst ja auch nicht arbeiten. Ihr muss dann auch noch ein Stammfall hin. Arbeitest weiter. Da oben. Siehst du? Ich weiß, ja. Ja. Ne, ne, ich wollte es nur sagen. Weil das ist mir schon in der Aufnahme aufgefallen. Denkt sie noch dran? Denkt sie noch dran? Ne. Meinst du den hier vorne am Tor? Ja, hier den, wo ich hier stehe. Den hatte ich erstmal noch nicht drauf gesetzt, weil ich da irgendwie hochgeklettert bin und mir noch nicht klar war, wie ich das hier vorne mache. Und da habe ich irgendwie gesagt, dass ich das hier vorne mache. Wollte sie uns das machen lassen hat, dass ich das hier nicht gemacht habe. Aber ich habe gesagt, der stört ja nicht beim Reingehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich stört es schon. Ähm. Oh. Jetzt ist er da. Oh. Dann mache ich mal die Deko-Arbeit so ein bisschen weiter. Ja. Ah, na, 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 na. Drei, drei, fünf. Und nachher machen wir noch eine Höhlentour? Ja, je nachdem, wie viel Zeit so ist, ne? Ne. Wenn wir jetzt fünf Stunden brauchen, dann nicht. Ach, das geht doch. Geht's okay. Ja, wenn man arbeiten lässt. Ja. Zu dritt, ne? Mhm. Ich gebe Anweisungen, ihr arbeitet. Ne, das machen wir höher. Ja. Oh, das war voll. Na, komm. So. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. Bäh. Ne, es sieht doch aus, oder? Ja, vor allen Dingen mache ich da jetzt dach hin, deswegen. Hm, das sieht gut aus schon mal. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So hatte ich mir das eigentlich auch gedacht. Kannst bloß nicht umsetzen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Was für Holzsonne hast du denn an den Fenstern? Ähm, Schwarz-Eiche ist das. Ist auch, glaube ich, noch in der Truhe drin, ja. Ja, ja. Ich gehe mal kurz Blumen kaufen. Blumen kaufen. Mhm. Wenn ich zurück bin, seid da dann bitte fertig. Hahaha. Dann schreiben wir einen Vokabeltest. Hahaha. Was? Hahaha. Dann schreiben wir einen Vokabeltest, hat er gesagt. Okay. Boah, ii, das ist ja drei lang, Mensch. Oh, ja, tatsächlich. Geht ja gar nicht. Ich muss ja gleich mal Haia machen gehen. Hast du dein Bett noch dabei? Ja. Okay. Kann nur nachts schlafen, ich kann nur nachts schlafen, ich kann nur nachts schlafen. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Jetzt liege ich. Oh, ich liege noch nicht, ich liege noch nicht. Ja, dadurch hatte ich jetzt Zeit an meinem Tee zu trinken. Siehst du? Passt doch. Ich habe übrigens, glaube ich, in deinem Bett geschlafen, Malte. In meinem Bett? Ja. Aber pscht. Hahaha. Sei froh, dass das nicht Agnes Bett war, das ist das mit dem braunen Streifen. Ich wusste, dass da jetzt was kommt. Ich wusste es auch. Da hattet ihr euch ja schon mal drüber gestritten. Wer wessen Bett da in der Hand hat. Oh ja, das sieht richtig schnuckelig aus. Was, die Bremschuhe? Ja, die auch. Was, die Bremschuhe? Hätte hier mal das seine, ne? Genau. Vielleicht könnte man ja noch... Ich fusch hier wieder voll rum. So was machen? Lass es lieber, lass es lieber die Profis machen. Ups. Äh, das war falsch, ne? Die hat sich irgendwie gedreht, glaube ich. Wie sieht das von unten aus? Mist, jetzt brauche ich Halbstufen. Oh, wieder runter. Ihr könnt ja die Bremse mit hochnehmen. Ach was. Lettern hält jung. Ne, guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Obwohl das Fenster dann, glaube ich, ein bisschen breit ist, ne? Kommt schon mal ganz gut rüber. Nein! 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 Was musst du da hier? Alles, alles falsch machen. Was willst du? Oh, das wollte ich gar nicht. Entweder arbeite ich für dich, oder ich lass es sein. Okay, dann arbeite bitte. So, was machen wir denn jetzt hier mit den Stellen? So. So, mit den letzten Zehen festkrallen. Warum kann ich denn hier bitte nicht rausgehen? Weil der Zaun da ist? Aber der ist doch unter mir. Kann man da nicht rüber gehen? Hm. Das ist falsch gebaut. Ah, ne. Das passt dann tatsächlich nicht mehr durch die Tür. Ja? Weil der Zaun ist ja höher als ein Block. Ah, okay. Das... Ich hab's falsch überhaupt. Ich hab's verkackt. Haha. Okay. Tschüss. Oh Gott. Wir treffen uns. Das wüsste ich ja auch noch nicht mit diesen... Ja, deswegen können die Tiere da ja nicht drüber springen. Ja, ist schon klar. Aber ich hab's noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ah, das find ich ja echt witzig. Jetzt brauch ich, glaub ich, mal ein paar Türen. Türn ist sicher also noch. Das ist noch ganze Blöcke also noch mal... Nein! Nicht runterfallen. Ja, ich bin blöd gesprungen, also im Sprung blöd abbogen, sozusagen. Oh nein, jetzt habe ich den Zaun abgerissen. Mann. Oh, aber dann kann ich mich auch... Jetzt, aber. Jetzt ist es richtig. Warum laufen denn hier kleine Hühner draußen rum? Weil Malte seine Eier durch die Gegend geworfen hat. Bitte. Das hört sich irgendwie falsch an. Och nein, nein, nein. Es ist nach 20 Uhr. Ja. Okay. Dann mache ich hier so ein ab 18 Filmchen draus. Ja, bitte. Was knallt einem doch heute jeder Siebenjährige um die Ohren? Ja. Also nicht die Eier, sondern die Worte. Ja, ja. Das macht es irgendwie nicht besser jetzt, ne? Nee, nicht wirklich. Das Dach ist immer noch schief. Mann, was haben die da vorne denn gemacht? Die Schildkrise. Oh, Malte, soll ich dir mal was sagen? Was möchtest du? Ich freue mich total, ich freue mich total, dass du auch ein schiefes Dach gebaut hast. Weil dann fühle ich mich echt nicht mehr so alleine und so ganz so blöd, weißt du? Oh, ich bin schon wieder abgestürzt. Oh mein Gott. Immer diese gefallenen Mädchen. Oh Gott. Soll ich jetzt noch Schleimblöcke sammeln gehen, damit du weicher fällst? Boing. Gummischuhe machen. Kannst du gleich wieder hochspringen. Ah. Ich will hier aber keine Toten haben. Kannst du denn sauber mal... Oh Mann. Was macht ihr denn da? Ich muss erst mal gucken kommen, was ihr da veranstaltet. Ich bin nur gerade wieder hier hochgegangen. Ah, Malte ist hinter mir. Was? So. Nee, das Problem ist, dass man jetzt hier einfach nicht mehr rüberkommt. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr in Richtung Kuhstall geht. Da habe ich den Zaun weggenommen. Okay. So. Ups, mir ist gerade eine Treppe zu den Schweigen gefallen. Egal. Eckewarft. Egal, habe ich gesagt. Achso, ich habe eckewarft verstanden. Ups. Nee, verstehst du mich. Ich könnte ja mitbauen, aber ich habe irgendwie kein Material dabei. Zufällig. Zufällig. Ganz zufällig. Reiner Zufall. Er ist Reiner. Gibt es bestimmt jemanden, der so heißt, was? Bitte? Also, Reiner schon, aber Reiner Zufall nicht. Meinst du? Wo willst du das wissen? Ja, geben tut es das. Ich kenne niemanden so. Rosa Schlüpfer. Gibt es eine Frau, die heißt so. Okay. Was? Was? Wie heißt die? Rosa Schlüpfer. Im Ernst? Ja. Also, so eine Eltern müsste man echt erschlagen, ne? Ja. Ich würde es lustig finden. Ja, aber wenn du so heißen würdest, würdest du das dann lustig finden? Ich glaube nicht. Wenn ich später ein Kind haben sollte, dann male ich es grün an und dann bringe ich dem falsches Deutsch bei. Dann nenne ich sie, oder? Das ist doch gut, oder? Ups. Entrieren du musst dich, mein junger Paderwan. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe jetzt Mathe. Aber die eine Seite ist fertig. Das gefällt mir alles noch nicht. Was? Mathe? Ja, Mathe sowieso nicht. Ist auch nicht. Auch nicht in meinem Leben. Ne, definitiv nicht. Meine Mathelehrerin hat mich auch gehasst. Okay. Wir saßen in einem Hassdreieck. Ach, die Geschichte kenne ich, glaube ich, schon. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Anja, ich habe hier ein... Frau M. Und ihre Fischmuck. Du hast was? Ich habe falsch gedacht, wie immer. Das Fenster muss weg. Man muss ja hier zu den Schweinen noch kommen. Ja, stimmt, das hatte ich im Video gesehen. Oh ja, hau's doch weg. Man muss sich erst fragen, ob du sie jetzt wegmachen darfst. Ach, um Gottes Willen. Das ist doch ihre Scheune. Weil wir die Baumeister sind hier. Ja, natürlich. Vielleicht wird hier noch die Sektflasche gegen das Haus geworfen und dann ist es fertig. Ach, das ist eine gute Idee. Ja, das können wir mal machen. Ähm. Klatsch. Mathe konnte ich eigentlich immer ganz gut. Ich habe bloß immer die Teste nicht so... Hm. Weiß ich nicht. Ich habe immer eine 4 gehabt in den Tests und mein Mathelehrer hat schon gesagt, ich verstehe das nicht. Du kannst doch das im Unterricht. Auch so, wenn was Neues war, Lösungswege gefunden und so. Mhm. Alles top. Und mündlich toll müssen wir... Ist dann vielleicht Prüfungsangst oder so, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin der einzige aus... Nee, Schusslichkeiten. Ich bin ja so schusslich, weißt du? Der Integrale-Konte. Integrale, bitteschön. Integralrechnung. Das ist... Das ist mit sehr kurzen Klammern. Ach, das. Okay. Ja, ja. Ach, das. Dann habe ich das Wort wahrscheinlich nur verdrängt. Wie ich es hingekriegt habe. Aber in der Mathearbeit hatte ich eine 3. Wow. Und sonst hatte ich immer 4 Abwehr. Vielleicht war dir das andere zu langweilig. Boah, ey. Ich habe es sowieso nicht verstanden. Das kriege ich denn nie von Mist. Nach dem Abitur habe ich alles gelöscht. Ja, und meine Tochter und mein Mann sind so Mathe-Genies, ey. Meine Tochter hat ihrem Mathelehrer sogar erklärt, die haben irgendwas gerechnet und mit so riesen Zahlen. Und dann sagt sie, wäre es nicht einfacher, wenn wir das so und so machen? Und er guckt sie so an und sagt, Moment mal. Ja, hast du vollkommen recht. Weißt du so. Dann sagt sie, jetzt muss ich meinem Mathelehrer noch erklären, wie man einfacher rechnen kann. Aber manchmal ist man auch so eingefahren, denke ich, dass man... Betriebsblind. Und dann sagt sie, wenn ich mich nicht verleere. Genau. Oh, ich guck's. Oh, ist die Stille? Wird es schon wieder dunkel? Ne. Ah. Stimmt, ist alles ruhig. Boah, ich will nicht schlafen. Ist die rausgestorben? Es wird dunkel, ja. Echt? Kannst du mir nachschlagen? Kannst du mir nachschlagen? Ja, ja. Gibt's doch gar nicht. Hab ich denn ein Bett, ja. Blöd, immer wenn ich auf dem Dach bin. Ich hab auch wieder Tiere. Kannst du eine Nacht schlafen? Mhm. Äh. Ich will jetzt schlafen. Jetzt kannst du. Ja, ist blöd, ne? Wenn man mal tagsüber schlafen will, weil man müde ist, vom vielen Dachbauen, dann geht das nicht voll fiese. Habt ihr denn überhaupt genug zu essen dabei? Ja. Oh, das sieht schon richtig cool aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schwarz-Eichenholz. Das reicht nicht. Aber ruhig, ruhig. Ich hab ordentlich auf der Dach. Ja, aber ich brauch Treppen. Treppen sind hier, glaube ich, aber gar nicht mehr so viele. Habe ich acht Stück, aber bloß. Ich mag noch weitere. Ich hab 81 gerade. Da krieg ich vielleicht diese Seite fertig. Oh, die kann man auch mal drin lassen. Oh, Mann. Was? Jetzt reingetan oder? Nee, ich weiß dir die hier hinten. Das war ein bisschen komisch. Ich hab grad die Werkbank angeklickt und du hast die Truhe geöffnet. Ja. Ich hab mir auch gewundert, warum die Truhe aufgeht. Elektrik-Trick. Ja. Redstone. Ups. So, ich hab mir auch noch was auf die Tasche. Ja, jetzt hab ich erst mal wieder ein Büffen. Ich glaub, da werd ich noch mal Lampen dran nehmen. Ich würd das gerne doch hier noch so ein bisschen mit Schwarz-Eichen-Holz machen, vorne am Eingang. So, why not. So geht das aber nicht, ne? Meinst du nicht? Was? Ja, mit Schwarz-Eichen-Holz. Was denkst du dir denn dabei? Das Dach ist dicht. Na, noch nicht. Ja, da mussten wir ja durchgehen, ne? Äh, da fällt mir grad was ein. Das ist schon die nächste Aufgabe für uns. Na, aber hallo. Ihr müsst doch beschäftigt werden. Du musst da weggehen, sonst kann ich den Block loswerden. Ja, ich wollte auch gerade sitzen. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Jetzt musst du zu machen. Wirst du elendig verhungern da drin? Oh. Hätten wir die Stufen gar nicht mehr gebraucht. Nein, jetzt werd ich angerufen. Nein, ich kann nicht. Ja, dann musst du halt mal muten dein Mikro und dann kannst du telefonieren. Ach, wie doof. Oder ein Telefon ausschalten. Ein Moment, ich mute mich mal. Ja. Ja, ich fühl's noch da oben drin? Nee, ich bin im Dingsbums. Ach, im Dingsbums, okay. Ach so, in dem Dingsbums. Ja. Setz ich mal die letzten Treppen. Gut, hat er sich geschickt rausgeredet, damit er nicht mehr weiterbauen braucht. Ja, ja, immer diese Anrufe rein, ne? Und dann um diese Uhrzeit noch. Jo. So, nun ist aber alles fertig. So, jetzt guck ich schon mal. Sehr schön. Und diese Hühner gehen mir auf den Puffer. Oh, da schwebt noch Erde. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, da gehst du ran, ne? Legt der auf. Mhm. Dann rufst du an, dann geht jemand ran aus der Mailbox. Okay, vielleicht schläft der schon und ist aus Versehen aus deinem Handy gekommen. Nein, der ist unterwegs. Ach so. Vielleicht ist er unterwegs eingeschlafen. Mitten in der Kneipe, ich glaub eher nicht. Doch, wenn man genug, dann geht auch. Dann, ne? Was wird das hier für ein Pimmel? Ja. Einer, auf dem ich gerade sitze. Oder wird das jetzt ein bestimmtes Muster, was man nicht mehr zeigen darf? Nein. Nein. Wöhnlich male ich keine Hakenkreuze. Was? Man hat denn was für ein Hakenkreuzen gesagt? Sonnenkreuze. Ach, Sonnenkreuze. Ja, Mensch. Aber da oben kann eigentlich kein Fenster hin, weil wir wollten da ein Kran draus machen, ne? Ja, genau. Wir wollten da ein Kran machen für Heu und Stroh. Dann müssen wir das nochmal abbauen da, ne? Oh, ich muss erst mal was kauen. Tutet das mal. Brötchen. Da könnt ihr mir noch eine Turmuhr oben dran bauen. Mit Redstone. Genau. Hier guckt man auch immer in die aktuelle Uhrzeitanzahl. Genau. Ach so, dann brauche ich aber mal ein paar Räume nochmal. Könnte man ja eigentlich da dran ditschen. Ja. Ja. Mit. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mit dem Regal und dann die Uhr da oben drauf stellen. Seid ihr noch da? Ihr seid so leise. Ne, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ja, dann beende ich das Video hier mal abrupt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Connection last. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.